Hartmut Weiß, 55 Jahre, selbstständig, verheiratet. Ihm liegen besonders die Vereine am Herzen, in denen sich viele Ehrenamtliche engagieren. Er sagt, gerade deren Veranstaltungen sollten nicht durch übertriebene Bürokratie be- oder verhindert werden. Besonders im Interesse der Bürger und der Angebotsvielfalt. Dafür sitzt er sich ein. Seine Hobbys sind Fasnacht, Lesen und Musik. Hartmut Weiß, 55, selbstständiger Kaufmann. Wir alle sind Bietika im Bissingen.